Oh, das klingt ja, das klingt ja wirklich, wenn wir in der Djinn sind, oh, das würde mich schon reizen. Mit so einem Schiff könnte man bestimmt auch ins Südmeer fahren. Blömy nickt wohlwollend. Was sie damit meinen, ist, dass es ein zusammengeklöppeltes Machwerk ist, dass sich jeden Moment in einer magischen Explosion vergehen könnte. Und das wird nicht passieren. Ich würde es trotzdem zu gerne einmal von Nahem sehen. Na, dann gehen wir doch hin. Ich denke nicht, dass man dort freiwillig einfach zutreten kann. Nein, wir sollten uns allerdings kurz im Kriegshafen tun, nur für den Fall, dass er sich an den Voranker legt. Aber wie ihr hier vergesst, dass ich einen guten Draht zu den Geistern habe, also zu den elementaren Geistern, würden uns bestimmt auch das Schiff holen, wenn ich Ihnen netter rum bitte. Also. Ihr beiden, was meintet ihr mit Goldschatz? Äh, es geht das Gerücht um, dass Sani den Goldschatz von Xeran rauben will. Er ist ständig ausinteressant. Ständig Geld und deswegen sagen die, die Matrosen im Hafen sagen das. Hm, ja. Wenn ihr euch wieder an eure Arbeit begeben wollt, diesmal aber mit mehr Konzentration. Äh, passt ihr auf mich auf oder auf uns auf, dass wir nicht, dass wir nicht Pericum angeheiert werden? Na, solange ihr hier seid, mit Sicherheit. Danke, Sahidi. Oh, Isarun, an euch ist eine Sklaventreiberin verloren gegangen. Was? Äh, das verbitte ich mir. Ja, das mit dem Hoffnung machen, das habt ihr wunderbar gemacht. Wirklich gut. Was, aber... Wir werden jetzt viel motivierter. Ja, Astrein, Isarun, oh, da hätte noch so mancher bei uns auf der Plantage was lernen können. Was, ich verstehe nicht. Gewalt ist nicht immer der beste Weg. Richtig, Hoffnung muss man schüren und dann zerstören. Ich glaube, was Raphim sagen will, ist, dass ihr ihnen das Gefühl der Sicherheit gegeben habt, dass wir ihnen hier bieten können. Und so haben wir loyale und gute Mitarbeiter gewonnen, keine Sklaven. Ah, ja, ja, genau das meinte ich. Sie sind doch sicher hier, während sie für uns arbeiten. Das ist doch vertraglich festgelegt. Ich weiß nicht, Abel mir hat die Verträge gemacht. Ja, vertraglich ist es ein mündlicher Vertrag. Der hat sich da hingestellt und gesagt, ich brauche zehn Leute. Dann sind zehn Leute aufgestanden, die sind mitgekommen. In der Tat. Ist mir ein mündlicher Werksvertrag, könnte man sagen. Nun, die sind trotzdem rechtsgültig und selbstverständlich sind wir, beziehungsweise Abel mir als Vertragsnehmer dafür dann für ihre Sicherheit zuständig. Ja, aber solange hier der alte Zauber ist, wird doch sicherlich niemand den Leid zufügen. Ja, bestimmt nicht. Er ist doch so ein netter Mensch. Aber er ist, glaube ich, auch 120 Götterläufer alt und vermutlich nicht mehr so schnell zu Fuß. Das stimmt wohl, aber in den Thulaminenlanden verehrt man doch die alten Herrschaften, oder nicht? Oh. Nun ja, wie wir wissen, kommt Sani nicht aus den Thulaminenlanden, aber lassen wir das. Ja. Nun, er wird wohl kaum selber hierher kommen und wenn doch, dann reden wir mit ihm. Aber es ist doch eigentlich ein günstiger Zufall, dass er gerade jetzt hier verankert liegt. Und was ist das? Nun, ich dachte, ihr werdet mit ihm gebräuntet oder so ähnlich? Wir haben gute Beziehungen zu ihm und wir sollten ihm auf jeden Fall einen Besuch abstatten, wenn er wirklich im Hafen liegt. Ich würde ja eigentlich sagen, dass die Seeadler von Beilung vielleicht ein wenig auffällig wäre, aber wenn er selbst vorhat, gegen Xeran vorzugehen, dann sollten wir zumindest sicherstellen, dass wir uns nicht in die Quere kommen. Wenn er vorhat, seinen Goldschatz zu rauben, sollten wir mitmachen. Denn dies wird nicht gehen, um Xeran selbst aus dem Weg zu räumen. Ja, aber du weißt doch, neun Zehntel von dem Gold. Und Raphim, Raphim, sag mir, wie viel sind neun Zehntel von so viel, wie ihr nicht mal sehen könnt? Ja, könnt ihr es unterscheiden. Ja. Oder glaubt ihr, dass seine Männer es können, wenn sie in diesen Palast hereinstürmen? Raphim. Verlassen den alle ohne Seele. Raphim, die machen das schon länger als wir alle zusammen. Ich bin mir sicher, sie haben einen Plan. Ja, ähm. Und zur Not machen wir das einfach, wie wir es ja schon einmal vorgehabt hätten. Äh, äh, in Elburum. Ich rufe einen mächtigen, mächtigen Elementar. Und der führt Mutter Sumo all ihre geraubten Schätze wieder zu und vernichtet den Rest. Ja, ich glaube nicht, dass du das kannst. Zumal wir es auch einfach alles mit Weihwasser besprengen können. Oder dem Fax-Tempel zur Besichtigung vor. Ja, aber... Den Fax-Tempel zur Besichtigung vorweisen. Du warst doch anwesend während des Verhörs, oder nicht? Wohin diese Goldberge enden? Dass sie nicht auf Dere enden? Hm. Das hast du gehört. Dann darfst du halt im Gegensatz zur Xera nicht so gierig sein, dass du deine Seele daran verlierst. Vielleicht sollten wir den BNS fangen, bevor wir ihn verkaufen. Und wir teilen. Kommt, sehen wir uns im Kriegshafen noch. So könnt ihr in Richtung des Kriegshafens gehen, denn die Tagelöhne arbeiten auch ohne euch. Ihr könnt schon von Weitem die drei herwenisch getakelten Masten erkennen und den schlanken Rumpf. Eine Trireme mit einem von Raubvogel gleicher Gestalt. Rot-Weiß-Blaus, Reichswappen auf dem Segel und ein goldenglänzender Bugadler mit drohendem Schnabel verdeutlichen, dass sich dieses Schiff von keinem Gegner verstecken muss. Ihr könnt vereinheitliche Rotzen-Kaliber erkennen, Habunale, ein Bock, ein Ramsporn. Dieses Schiff ist ein Kriegsschiff und der ehemalige Stolz des Mittelreichs. Nun allerdings gekapert und während ihr gerade am Hafen steht und euch die Seeadler von Beilung betrachtet, die seit vielen Jahrzehnten hier im Perlenmeer kreuzt, um Piraten und Dämonenpaktierer zu besiegen, könnt ihr erkennen, wie direkt neben euch in einer der Tavernen im Sold und Säbel ein Schild angebracht ist, auf dem ansteht, das gerade rekrutiert wird. Wenn wir erst da reingehen, werden die versuchen, uns zu Berry kommen. Nur so ein Gefühl. Ich bin absolut und vollkommen nutzlos an Bord. Auch keiner sagt, ja, sehen wir uns am Bergland mal relativ schnell. Vielleicht sollten wir uns nach dem Offizier umhören. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir auf diesem Schiff sind. Man wird sich vielleicht noch an uns erinnern. Fragen wir doch einfach diesen Haubentaucher. Weiten. Eben, mein Sturmtaucher? Ja, ist doch das Gleiche. Ja, der hat mir letztes Mal die Balastrine an den Kopf gehalten. Und seit vor, das letzte Mal ist mir jemand an der Balastrine entgegen gehalten, hat er abgedrückt. Das war Viburn, aber trotzdem. Oder was, Viburn? Ich weiß nicht, irgendeiner von den Wichsern hat mir eine Balastrine an den Kopf gehalten. Na, den tust du mal, ja. Das klingt ja sehr sympathisch. Nö, ist ein Offenarschlächer. Waffin fühlt sich da wie zu Hause. Nö, wie war das mit diesem Uctan? Ist der sympathischer? Also, der soll an Fahner. Natürlich. Nun, er ist sympathischer, aber weniger vertrauenswürdig. Interessant. Na, Carino würde ruhig da widersprechen. Nun, Carino ist dicht hier. Carino hat dieses Kontor verfallen lassen. Also, gehen wir jetzt rein und holen uns ein Bier oder nicht? Was wie Bier? Wir wollen doch nicht ein Bier hier holen. Lass den Mann sein Bierchen trinken. Da sind wir drinnen wohl irgendjemand am Anheuern sein und mit dem können wir sprechen. Gut, gehen wir hin. Ja, die Schenke, Solt und Säbel ist eine der vielen Tavernen in Maraskan. Sie wird geführt von einem alten Kriegsveteranen, dem seine linke Hand fehlt. Und wenn ihr euch umblickt, könnt ihr an einem der Tische erkennen, wie dort ein ungefähr 40-jähriger Mann sitzt, der wie ein Pirat dort sitzt. Ja, Kleidung, Ringe am Ohr, Bluterhose, Tutsackmesser mit der traditionellen Schelle und eine nie verheilende Narbe, die seine linke Wange entstellt. Es ist Baron Wilbur Kornplötz, der erste Wachoffizier und hinter ihm könnt ihr erkennen, Jadwika von Luring, die Vizekapitaner des Schiffes. Vor ihnen steht nur eine einzige Person, die gerade wohl anheuert und sich da wohl als Säugner verdingen will. Viel ist nicht los. Die Leute haben mittlerweile erkannt, dass diejenigen, die mit der Seeadler fahren, viele kommen nicht zurück. Ich trete vor den Tisch. Haben wir gehört, ihr bietet schlechte Bezahlung und harte Arbeit? Keine Bezahlung. Schnattermoor, schön, dass ihr hier seid. Und Perlenmeer. Ihr seht, Perlenmeer. Ich setze mich dann in irgendeinen Hocker heran, setze mich so seitlich an meine Tische und Demo hockt. Lange her, lange her. Er holt einen Zwicker aus seiner Tasche und setzt ihn sich auf, was überhaupt nicht zu ihm zu passen scheint. Aber seine Augen sind wohl alt geworden. Ihr könnt erkennen, wie die salzige Seeluft sein Gesicht gezeichnet hat. Und er kneift die Augen nochmal ein bisschen zusammen. Goldene Hand, davon habe ich schon gehört. Schnattermoor, wollt ihr wieder mitfahren? Vielleicht. Wir haben gehört, ihr habt große Pläne. Große Pläne? Was habt ihr denn gehört? Ich blicke mich herum. Sind wir so halbwegs außerhörbar nicht weiter? Also wenn ich jetzt irgendwie die Stimme senke? Nein, seid ihr nie. Aber die Leute unterhalten sich. Jeder erzählt ihr hier irgendwie seinen Seemannsgarn und es ist halt ein Gespräch wie viele andere auch. Man sagt, ihr wollt dem Buckling den Beutel leer machen. Was? Wer erzählt dann sowas? Nein, keine Sorge. Er wirkt ein bisschen erleichtert. Interessant. Ja, aber was die Bezahlung angeht, wir können euch keine Bezahlung bieten. Aber mitfahren werdet ihr sicherlich können, wenn ihr die Tests bestellt. Reservic ist da mittlerweile ziemlich hart geworden, weil er keine Schmarotze an Bord mehr braucht. Ach komm, John, ihr bezahlt schon nicht und dann wollt ihr die Leute noch testen? Kann ich das leisten? Das ist eine große Ehre. Der Seeadler ist eines der besten Schiffe, die man hier im Hafen finden kann. Das ist richtig, aber Rudere mit leerem Magen. Bringt euch auch nichts. Naja, das Geld, was wir verdienen oder das Gold, was wir bekommen, das geben wir für unsere Mannschaft da aus. Aber einen eigentlichen Sollte, eine Heuer, bekommen sie nicht. Wir haben guten Zwieback. Wir würden tatsächlich eine Weile anheuern, um die Möglichkeit bestehen, uns in Mendena abzusetzen. Kneift wieder die Augen zu. Kommt ihr eigentlich darauf, dass wir nach Mendena fahren? Ach, man hört so einiges. Also sehen wir uns gar nicht, ja. Mhm. Es sieht wieder erleichtert aus. Es könnte sich der Tatsache, dass du aber ja schon zum zweiten Mal misstrauisch wirst, dass ich ihn erwähne. Nämlich an ihr wirklich irgendwas im Busch. Wir fahren nach Norden, mehr kann ich nicht sagen. Pass auf. Und kommen wir morgen früh nicht auf dem Schiff vorbei. Und sprechen wir mit dem großen Mann selbst. In Ruhe. In der Taverne. Werdet ihr sicherlich machen können, wenn die Wachen euch vorbeilassen. Aber ich denke, das geht schon. Ich werde ein gutes Wort bei ihm einlegen. Und vielleicht kann Sanin dann jetzt schon, oder? Danke, Wilbur. Er lehnt sich ja mal rüber zu Jadwiga. Die nickt auch nur ziemlich mürrisch. Ja, ja, wir kriegen das hin. Ich wollte ungern mit meiner illustren Begleitung wieder mal unangekündigt auftauchen. Nee, wisst ihr, wie das immer mal den Wachen rüber geht. Baron Wilbur Kornplätze, der Piratenbaron, lehnt sich so ein bisschen an Jaland vorbei und schaut zu den anderen, schiebt ihnen eine Liste rüber. Wollt ihr anheuern? Nur eine Unterstufte, mehr brauche ich nicht. Nein, danke. Lass mal. Wie viele Leute bräuchte der denn? Nur mal so gefragt. So viele wie möglich. Auf dem Schiff als Ruderer. Und danach, naja. Jemand, der halt ein Säbel halten kann. Mittlerweile gehen uns die Veteranen der Vielvölkerschlacht aus. Beide Unkar-Segade-Regiment ist mittlerweile auch nicht mehr so voll. Ihr kennt ja das Problem. Einer nach dem anderen. Die ganzen alten Veteranen. Und Lass sieht es leider nicht besser aus. Wir haben viel verloren, als wir den Drachen getötet haben. Hm, auch davon hört euch. Doch, äh. Was hab ich denn verpasst? Hm, hier, äh, ein Bier für mich und, äh, eins für Raphim. Oh, sehr vernünftig. Das erste Vernünftige, was ich hier heute höre. Ja, der Mann, der aussieht wie ein Pirat, äh, tippt mit seinem Zeigefinger auf dem Blatt Papier vor Bolltags. Ey, du willst du unterschreiben? Nein, willst du nicht, Bolltags. Der Mann will, dass du auf sein komisches Schiff gehst, sondern will er komische Dinge mit dir tun. Raphim. Hm, das ist eine große Ehre. Will er das nicht? Also. Wir überlassen euch erstmal eure Arbeit. Wir sehen uns morgen früh, ja. Dann bekommst du Muskeln wie der der Große da. Ja, aber was soll ich mit dem? Dann, wie ein, wie du noch nie in deinem Leben zuvor gerudert hast. Er hat nicht unrecht, warst du, mein Bruder macht stark. Blatt Papier lächelt. Nicht verrückt mit gehen, Bolltags. Nur drei Jahre und du bist voll Matrose. Ja, da habe ich weniger Interesse dran, ähm, aber, nö. Bolltags, du brauchst mit dem Verrückten nicht reden, wir können auch einfach gehen. Wenn wir kräftige Seemänner sehen, schicken wir sie euch vorbei, ja. Wartet, eine, eine kurze Frage. Ihr habt doch die Ginne, wofür braucht ihr denn da Ruderer? Ginne? Wir haben ein paar Gold, aber mit den Ginnen ist er genauso geizig wie der Kapitän mit seinem Gold. Seid ihr nicht von der Sulman all, äh, 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 von den Zauern? Von dem anderen. Nein, nein, Quatsch. Wir haben noch unser Handwerk ordentlich gelernt. Ach, dann habe ich kein Interesse daran. Mir leid. Also, wenn es keine Ginne gibt, was soll ich denn da? Was bist du denn für ein Zwerg? Ah, mit der mächtige Geode. Ich bin ein Zauberer. Das sieht man doch, ich habe hier einen Stab, na? Fusakel würde dich wahrscheinlich in Hand deiner Rotzen stopfen. Ach, Quatsch. Mit dem bin ich ganz gut ausgekommen. Ich habe das letzte Mal sehr lustige Witze mit ihm gemacht und, ähm, dann haben wir Bierchen zusammen getrunken. Ah, das war schön. Und dann, äh, habe ich mit Lido gesprochen. Mit wem? Wolltags, ich bin irgendwie auf dem Kragen. Wolltags, warum schwarzt ihr das? Also, sie waren es gar nicht für morgen auf. Da hat mir auch viel zu tun. Äh, alles gut. Dann, ähm, sehen wir uns morgen. Grüßt, äh, hier, ähm, den Haupentaucher von mir. Sturmtaucher? Was? Was für ein Haupentaucher? Also, ich gucke, ich gucke wie Bonnabe, so mit dem Mund vor mich. Sturmtaucher. Ah, ja. Er schüttelt, nickt dann mit dem Kopf. Schnautermor, wir sehen uns morgen. Äh, ja. Ja, wenn wir rausgehen, würde ich ja nochmal spielen. Komm, er ist alt geworden. Ich habe das gelächte, sag mal, so kommen. Warum nennt er mich Schnautermor? Wer heißt denn so? Und mich hat er nicht einmal erkannt. Äh, ja, Abelmir, du trägst ja jetzt auch sehr andere Kleidung. Nun ja. Wer ein echt Offizier ist, der muss auch Leute erkennen, die unter seinem Kommando gedient haben. Ja, und du hast das Parfüm gewechselt. Hm, vielleicht hast du keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Hm. Und er hat nicht auf Yalan gezielt. Er wird alt. Ja, das war Kornplatz, nicht Wieborn. Ähm. Wieborn, so. Aber Yalan, ihr hattet euch doch damals auch mir gegenüber als Schnautermor vorgestellt. Warum sollte ich sowas tun? Weil das euer Name war, ist, keine Ahnung. Ich hörte, dass wir uns nicht in, 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 in Jörgermack oder so getroffen haben und ich irgendwie anders hieß. Nein, wir haben uns... Ja, da hieß ich Dunkelstein. War es in Elbe-Rum vielleicht? Nein, wir haben Beutag so damals in Garheit kennengelernt, als wir die neue Villa angeguckt haben. Jedenfalls, was soll Schnautermor überhaupt für ein Name sein? So heißt doch niemand. Ja, das ist ja auch deiner, weiß ich doch nicht, wieso du dich so nennst. Also, bitte. Was denn? So heißt doch die ganze Baronie. Es gibt keine Baronie Schnautermor. Ja, das habt ihr... Ja, Alain, jetzt lügt mir nicht so frech ins Gesicht. Iserun, würde ich euch jemals anlügen? Nun, offensichtlich habt ihr es gerade getan. Also, das muss ich mir von euch ja wohl nicht anhören. Wir gehen jetzt in den hier Sinde-Tempel und wir gucken uns eine Karte an. Na, auf die Karte bin ich gespannt. Kommt mit. Geht irgendwer mit mir einsaufen, während die sie hier anschreien? Ja. Wir sind in Tempel und Zwein, komm. Denkt heute an Abendessen. Ja, 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 wir sind bis dahin wieder zurück. Aber die nächste... Kommt die schon mal kochen. Die Idee... Ich koche noch nicht. Dann bezahlt jemanden. Ich möchte Minztee mit Honig. Ja, ja. Ich hätte gerne etwas mit Käse. Ich glaube, das Ende der Brügelei kommt doch mit. Ich komme doch mit. Oh ja, das Ende der Brügelei kommt schon, wollte ich, das wird super. Ja, dann warte, ich nehme noch einen Humpen für auf den Weg mit. Ja, eine sehr gute Idee. Auf jeden Satz du, ich sag zwei selber Stücke auf Isarun. Oh, Ademir, kannst du mir etwas Geld geben, das ich auf Jahr landen kann? Ihr habt doch selber Geld. Nein. Ich habe genau gesehen, wie viele Rubine und Diamanten ihr in eurem Beutel hattet. Das ist richtig, aber das sind Edelsteine und kein Geld. Aber mir muss ich euch wirklich den Unterschied zwischen Geld und Steinen erklären. Es sind Edelsteine, ihr könnt sie übersetzen. Oh, Boltorgs, ich habe die Lösung. Ihr schraubt mich seit einem halben Götterlauf an. Das kann sein, ich habe aber nie Geld dabei. Das ist Edelsteine, das reicht. Ja, Boltorgs, ich weiß, wie wir das lösen. Auf jeden Fall, zieh zwei Silbermünzen. Hier, die schenke ich dir. So, jetzt können wir wetten. Okay, super. Ich wette auf Jahr lang. Ja, sehr gut. Seht ihr, Boltorgs weiß, wo sein Brot gebuttert wird. So, jetzt los, auf in den Tempel, dann hat einer von euch beiden Unrecht und dann fliegen die Fäuste. Oh, ich bin gespannt. Indikaterweise direkt hinter dem Rashtuter Bethaus gegenüber liegt der Tempel der magischen Schlange. Der heutige Hesint-Tempel-Kundjums ist über 400 Jahre alt und hat ein einfaches, äußeres aus langsam verwitterndem Marmor. Ein auffällig schief stehender, 30-Schritt-hoher Sternenturm, der nach oben ragt und nur noch über eine schmale Holzbrücke mit dem dritten Stock erreicht werden kann. Ihr könnt dann die Bibliothek betreten. Auffällig alt, vor allem alte Thutomirische Schriften, die hier gesammelt werden. Könnt ihr euch dann nach kurzem herumfragen bei einem der Hesindegeweiden eines der Thronröhrchen geben lassen, aus der ihr dann eine große Karte von Aventurien herausholt und mit der Recherche beginnt. Und nach kurzer Suche kann Iserun tatsächlich dann auch erkennen, wie es im Norden von Tobrien eine kleine Baronie gibt, die Schnattermoor heißt. Allerdings ist sie wohl vor langer Zeit an den Feind gefallen. Ja, dann reicht sich da rüber. Da, hier, hier, Jalan, guck mal, da. Iserun bohrt mit dem Finger auf die Karte. Da, was steht da? Ja, aber seht mal, hier ist Bereine Furten. Das hier sind, sagen wir etwa 100 Meilen. Und Schnattermoor ist noch deutlich rechts davon. Da gibt es nichts mehr. Ja, aber wann ist denn dieser Baronie an den Feind gefallen, hm? Damals, schätze ich. Wie damals? Wann denn damals? Hier, 19. Ja, aha, und wann bist du geboren? Äh, früher. Ja, mhm, mhm, also? Iserun, ich würde doch wohl wissen, als wäre ich geboren wurde. Naja, früher wusstest du das, aber irgendwann... Ich bitte dich, ich war schon immer Jalan greifen Mund. Und nicht irgendein Schnattermoor. Äh, Sulamin, ähm, ich hab eine Frage. Ja? Ähm, ich habe mal gelesen, wenn jemand schlimme Traumata erlebt, äh, dass er dann Sachen vergisst, glaub, glaubst du, dass das hier der Fall sein könnte? Dass ich euch aber gleich mit der Karte haue, das ganze Trauma hier ist Voltagsgesang. Wer ihn runzelt die Stirn? Hey, 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 hey. Was auch immer es ist, er ist überzeugt davon. Natürlich bin ich überzeugt, denn es ist die Wahrheit. Also, ich muss jetzt auch ehrlicherweise mal eine Lanze für meinen Gesang brechen. Das Ohr, das ich seinerzeit von diesen, ähm, Stammesmitgliedern geschenkt bekommen habe, hat sich noch nie besperrt. Ja, weil Ohren nicht sprechen können. Äh, das kann sein. Aber das ist hier gar nicht der Punkt. Jalan, warum lügst du uns an? Warum soll ich, warum soll ich euch anlügen? Irgendein winziges Kaff im nördlichen Tobrien, was juckt mich das denn? Ja, warum macht es euch so wütend? Ich bin nicht mal in Tob... Weil ihr dauernd darauf besteht, ich bin nicht mal in Tobrien geboren worden. Was soll der Mist denn? Äh, was? Jetzt erzählst du aber totalen Quatsch. Bitte? Natürlich, hör dich doch mal an. Du hast immer noch diesen leichten, toborischen Akzent. Ich habe keinen toborischen Akzent, es ist ein Akzent aus Weiden. Ich bin in Weiden Strachenstein geboren worden. Mein Schwertvater war Gregor von Weiden Strachenstein. Der Baron. Das wisst ihr doch. Nein. Und mein Vater war... Mein Vater war... Mein Vater war... Meine Mutter war jedenfalls... Ich bin mir sicher, sie ist noch am Leben. Ja, das ist ja schon mal viel wert. Irgendwas stimmt hier nicht. Also, ihr seht hier, ich kann ganz genau erklären, wo ich hier komme. Ihr macht euch einfach nur zu für den Gedanken. Habt ihr einmal einen schweren Schlag auf den Kopf bekommen? Freitags. Ja, einige. Also, wer nicht dabei war. Zwei von mir. Oder einige, wenn du nicht dabei warst. Hm. Vielleicht liegt es ja daran. Ähm. Wir sollten einmal, ähm... jemanden aufsuchen, der sich gut mit... ...Setzungen am Kopf auskennt. Ich habe gehört, in... ...war es Perikum, ich glaube in der Nähe von Perikum, gibt es so eine... Ihr werdet mich nicht in ein Noenitenkloster stecken. Zulamini legt Jadern sanft eine Hand auf die Schulter. Riecht euch nicht auf. Jetzt seid ihr doch ohnehin verheiratet. Was für eine Rolle spielt euer alter Name? Für mich gar nicht für... Mein alter Name ist auch immer ein ganz anderer, aber frag doch Isarun. Ich hab doch angefangen. Naja... Warum muss ich mich eigentlich von euch so etwas an der Sache bezüglichen lassen? Dann bin ich derjenige, der sich ungewöhnlich aufregt. Ja, weil du dich als von Schnattermoor vorgestellt hast, als wir uns kennengelernt haben. Das ist doch absoluter Humbug. Daran würde ich mich doch wohl erinnern. Ich kann mich sogar noch an den Schild erinnern. Mit dem Bäumchen drauf. Und dem Schwer. Jetzt hab ich aber die Schnauze voll. Das ist eine Hesinde-Bibliothek. Ich verweise euch gleich für ewig von dieser Bibliothek, wenn ihr euch nicht beruhigt. Wir gehen ja schon. Wir gehen ja schon. Nicht euer Gnaden. Eminenz. Ich bin der Erzwissensbewahrer. Oh, verzeiht euer Eminenz. Wir gehen ja schon. Ja, wir gehen. Ich will wissen, warum ihr euch so aufregt. Das Fräulein von Spogelsen hier ist der Meinung, ich hätte irgendwann meinen eigenen Namen vergessen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich werde doch wohl wissen, wie ich heiße. Gibt es vielleicht Aufzeichnungen über, ich weiß nicht, die Badelsstrukturen im Pubrieren? Ja, hier nicht. Aber wenn wir viel Glück haben, könnte der Rondran-Tempel eine Wappenrolle haben. Also eine halbwegsaktuelle. Nein, hier gibt es so etwas nicht. Zumindest nicht für die turbrischen Bereiche. Hier lagern urtulamidische Schriften, vor allem die diamantenen Sultanate, die hier aufgeführt worden sind. Und der Krieg gegen die Selemiten. Der Krieg gegen die Fasara. Solche Dinge liegen hier. Naja, das klingt nicht so spannend. Sagt das nicht? Es bringt uns gerade nicht weiter. Oder verzeiht eure Eminenz. Wir sind der Heilige Ruf nicht länger stören. Als ob ich mit Marascanern reden würde. Welt ist schön, nicht wahr? Komm, Brüder, Schwester. Raus. Wenn die anderen gehen, lässt sich Zulemin ein bisschen zurückfallen und sagt dann leise zu ihm. Vergebt ihm euer Eminenz. Irgendjemand muss ihm seine Erinnerung geraubt haben. Vielleicht ein böser Magier oder so. Er kann nichts dafür. Und faltet die Hände vor der Stirn und verneigt sich respektvoll. Ich schmeiß ihn nicht heraus, weil er sein Wissen verloren hat, sondern weil er hier herumblökt. Es muss verstörend zu sein, nicht mehr zu wissen, wer man ist. Ja, aber solche Gespräche können am Tee ausgeführt werden, nicht in einer Bibliothek. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, euer Eminenz. Ja, ebenso, geliebte Götter. Ja, ebenso.